Willkommen zurück zu meiner Folge Minecraft, hier ist der Folge 600, ne, wir sind in der Folge 710, wir sind doch schon lange an der 600er Marke vorbei. Wir sind doch sehr lange schon dran vorbei. Das ist doch hier verrückt, wie einfach so viel Zeit vergeht. Das ist einfach schon bald, also da wir ja noch nicht jeden Tag quasi so ein Video auch geladen haben, schon über 700 Tage, das sind schon zwei Jahre glaube ich, fast, doch 360, 360, 720, also fast zwei Jahre haben wir das Projekt hier am Laufen, das ist verrückt. Und das fast täglich, deshalb kommen ab und zu mal jetzt wieder zwei Videos, das ist einfach nur krank, also wenn zwei Jahre voll sind, da werden wir auf jeden Fall eine kleine Rundtour machen. Wahrscheinlich sogar im Creative-Modus oder sowas, um uns das ein bisschen leichter zu machen. Aber dann lassen wir uns mal ein bisschen überraschen, was da auf uns zukommt. Das ist eine gute und große Frage, das weiß noch niemand zu beantworten, was da kommt und was da nicht kommt. Das ist nämlich noch in den Sternen geschrieben. Aber erstmal sind wir ja hier dran und bauen hier gerade unsere schöne Prismarine-Farm. Ja, unsere Prismarine-Farm bauen wir hier jetzt erstmal. So, alles gerne mitnehmen, wunderbar, hier ist schon ein bisschen dunkel, ne. Oh, kommt zurück, kommt zurück, kommt zurück. So, wo sind wir denn hier stehen? Das gibt wenigstens hier schon mal so ein bisschen den Eindruck, als hätten wir hier viel aufgegraben. Und der Eindruck, der ist ja nicht wichtig. Hier ist auch irgendwo Wasser, das habe ich genau gehört. Eindruck ist nämlich wichtig. Wichtig ist, dass das Eindruck macht, dass wir viel gemacht hätten. Auch wenn es nicht so ist. Da oben sind noch ein paar Blöcke, die muss ich mir noch holen. Die muss ich mir noch holen. Die muss ich mir noch holen. Das ist hier, das ist nix. Da ist nix, da ist nix. Ach, danke mir, dass wir auch alles abbauen. Und das Ganze auch. So, die auch natürlich. Na, hier gibt's doch wieder ein bisschen Dark Prismarin, das ist nicht schlecht. Oh, da ist Wasser. Nee, 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 nee. So, da ist Wasser. Das bedeutet, wir hätten da noch unser, sonst Bonsch ist hier irgendwo. Nee, das war der falsche. So, da war unser fließendes Wasser. Das ist gut, dass das letzte fließende Wasser beseitigt worden ist. Das ist gut, das ist gut. So, und dann hätte ich mal mitnehmen. So, außer mit dem Dark. So, 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 so. Wir fangen einfach mal hinten an. Oh, guck mal, wir haben schon wieder sehr viel Hunger. Wir gehen jetzt von hier hinten nach vorne. Graben wir uns einmal durch. Und gucken, wie weit wir da kommen. Und was wir nicht schaffen, ist schlafen wir halt nicht. Das ist dann so, da können wir dann leider auch nichts mehr ändern. Super, guck mal. Gucken wir mal, wie gut das geht, also. Das geht gut, das geht gut, ja. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber das geht. So. Das sind auf jeden Fall auch ein paar gute Blöcke, die wir dann da haben. Das gefällt mir. Das ist sehr schön. So, hier noch ein bisschen Licht, genau, dass man ein bisschen Licht ins Dunkle bringt. Denn alles ausgraben geht nicht, wenn wir alles nur im Dunkle machen. So, und die ganzen auch weg. So. Oh, guck mal, ich dachte, hier wäre noch mehr. Ich dachte, da wäre noch mehr. Oh. So. Dann ist unser Inventar auch gleich schon wieder voll. Dann ist das ja wieder voll gleich. Das ist ja doof. Na ja, wir gucken mal, wie weit wir hier mit dem. Pressmarin und Dark, Pressmarin, ne, Pressmarin, Pricks, nicht Dark Pressmarin. Das Dark Pressmarin ist ja das Dunkle, wie der Name da schon verrät. Mal gucken. So, was haben wir denn an, äh, 45? Ja gut, dann müssen wir gucken, wie weit wir jetzt einfach kommen. Aber wir können ja hier sonst zur Not von der einen Sorte erstmal ein paar mehr abbauen. Dass wir nicht mit einem halben, also mit so vielen Fehl-Items quasi loslaufen müssen. 63 soll ich jetzt erstmal nur von denen hier abbauen. Super. Nein, das ist bei einer zu viel. Dann setzen wir den noch mal ein. So. Da ist noch einer. 3664. So, jetzt ist das Inventar voll. Jetzt können wir rüberlaufen. So, was haben wir denn hier? Wir haben Pressmarin, Pricks, die heute ist ja auch schon. Auch schon gut gefüllt. So, jetzt gleich kommt noch der Cobblestone, genau. Oder Pricks, so rum war das genau. Das war halt alles, alles hier rüber. Alles einmal weggeerntet, super. So, dann können wir hier wunderbar einfach schön geradeaus gucken und einfach Blöcke abbauen und dann sind sie weg. Dann haben wir damit nichts mehr zu tun. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte hier auch. Gefühlt habe ich mehr Fackeln abgebaut, wie dass ich welche gesetzt habe. Aber gut, das ist ja auch nicht verkehrt, wenn man mal mehr Fackeln setzt, wie man eigentlich mehr abbaut, so rum. Oh, dieses Gewitter hier, das ist doch hier wunderbar. Das ist doch schön, da hat man auch noch mal was auf den Öhrchen. So, wir graben erstmal hier bei dem, bei unserem Hauptplatz, quasi an dem Haupteingang, frei. Wunderbar. Okay, das war nichts. So, schnell wieder zusetzen, Dankeschön. Dann ist da Wasser. Da aber nicht. Da aber nicht. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. So, dann sind die letzten. Die letzten hunderte Blöcke, wunderbar, das ist doch super entspannt. Das ist doch super, super entspannt. Machen wir das einfach mal so. Und bauen hier wunderbar die Blöcke ab. Wunderbar wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, so, guck mal. Das geht wieder zügiger wie gedacht. Und dann können wir hier einmal, wunderbar. Der, der muss auch noch weg, genau, und der auch. Und der natürlich auch, komm, 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 komm. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Das ist doch wunderbar. Können wir gerade noch mal eine Fackel hinsetzen für ein bisschen Licht. Wir sind auf jeden Fall auf der Zielgeraden. Auf der Zielgeraden sind wir. Wunderbar. Und dann ist das auch schon mal so wunderbar durch. So, jetzt haben wir die letzten Blöcke, die wir, beziehungsweise nach oben natürlich, ein bisschen voraussetzen. Genau, also. Die einen Blöcke noch gucken, dass wir die da abgeerntet kriegen. Ähm, welche sind das denn, wo sind wir denn da, hier sind wir irgendwo zu Hause. So. Genau, die Blöcke. Und vielleicht kriegen wir auch noch die Lampen, zwei Stück mit, genau. So, das ist nicht außen, so, der müsste, der auch nicht. Die war nicht außen, okay, der auch nicht. Der auch nicht, ist der außen, der, der ist außen. Okay, dann sind die nicht außen. Doch, der war außen, so. Und, äh, welcher ist noch außen, der ist super asymmetrisch. Und so, das heißt, die sind schon mal durch. Das heißt, hier können wir auch sowas machen, genau. Dann dürften wir alles haben. Wir nehmen noch die Werkbank mit und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es gibt, lasst noch eine positive Bewertung da oder auch ein Abo oder ein Kommentar oder irgendwas anderes. Wir sehen uns. Ciao, Leute. Ciao, Leute.